Miteinander eine gute Zeit haben. Sicher. Für einander da sein. Sicher. Sich für unsere Gäste voll ins Zeug legen. Sicher. Als Team für andere alles geben. Sicher. Gemeinsam geimpft. Für ein gesundes Miteinander. Lassen wir uns impfen. Informationen und Beratung rund ums Impfen auf gemeinsamgeimpft.at und bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt. Vielen Dank.